Leute, was geht ab? Hier ist wieder... Ähm... Alexei? Ich bin hier mal am Start und... Junge Dennis... Ich hab wieder extra gemacht. Wie, ähm... Hier gibt's eine Schlange, hast du gesagt? Nein, das ist Schlamm! Schlamm! Schlamm? Ja, okay, egal. Meinte erst mal Schlangen, wie dumm. Egal. Es gibt's in Deutschland keine Schlangen. Vor allem nicht in Krefeld. Echt? Der ist ausgetrocknet. Ich hab ein bisschen Schiss, weil... Andere können denken, dass ich... Und die denken, dass ich... Schlimmes. Sehr gefährlich. Guck, fiel mal nach da. Aber nicht schlecht. Das ist das Seem, aber der ist ausgetrocknet. Alles ausgetrocknet. Ja, ein bisschen ausgetrocknet. Wir gehen jetzt ein bisschen runter. Ich geh nicht runter. Also hier ist nix. Hier ist noch alles trocken. Ich bleib mal auf dem trockenen Weg. Hab keinen Bock. Jetzt bin ich schür. Genau hier ist der beste Aussicht. Auch scheiße. Und... Guckt euch diesen Teich an. Wenn ihr diesen Teich sieht, dann schreibt es in die Kommentare. Was soll ich nehmen? Oder... 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 Was ist das denn? Ein Armband? Oder irgendwas anderes, was hier vorschlägt. Okay. Ich hab was gesehen. Nein. Was? Damen und Herren. Ich möchte... Halte mal. Halte mal. Auf meinen Geburtstag, äh... Eine Kamera kaufen. Eine GoPro. Und da seid vorbereitet für ein gutes Video. Was ist... Boah, was ist das? Ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Einfach diesen Fahrrad da, die sich nicht da drüben. Jetzt kannst du mir jetzt wieder die Kamera drüben. Aber nicht schnell drehen, weil... Also nicht so... Ja, nicht so. Und... Wir bleiben jetzt hier. Bisschen... Zehn Minuten oder zwanzig Minuten Video. Juhu. Nein. Lieber 5 Minuten. Du bist ja so dumm. Du bist ja so dumm. Äh, Leute. Wenn... Wenn... Ich kaufe ein Abendband. Wenn ihr... Das ist keine Werbung. Kein Werbo-Video. Guck auf mich, du Federvie. Ich bin kein Federvie. Keinem... Warte. Geh mal ein bisschen hier so. Da kann man dich besser sehen. Und hier... Leute... Kein Werbo-Video. Das ist Alexei. Kein. Und ähm... Ich bin jetzt Dennis und... Das ist Alexei, ne? Äh... Und wir gucken was mit. Wir gucken jetzt die Kamera. Wir gucken was da ist. Was ist das für eine Kacke? Ist alles noch trocken? Boah. Sieht ihr das? Oh Gott. Und... Alexei! Komm mal! Am Rand ist alles trocken. Am Rand ist alles trocken. Ein paar Entimumos. Wenn ihr die seht... Am Rand! Ich hab was richtig krasses Ent... Was sieht... Wie sieht der das da? Weiter geht's nicht. Da... Ein Stück Teil... Hier... Hier... Hier ist ein Ball! Ein Ball! Komm mal her... Warte, bleib mal stehen. Ich steh jetzt mal auf. Warte, komm mal ein bisschen weiter. Geh mal, warte, ich komm mal kurz. Hier. Alexei. Komm jetzt hier, der Weg ist ja alles trocken. Alles trocken. Der Rand ist trocken. Okay. Guckt euch das an. Das ist einfach so ein Schneckenhaus. Schnecken? Nein, da ist keiner drin. Da ist keine drin. Alexei, komm, da ist keine drin. Okay. Hier ist der Ball. Komm, hier ist nichts Schlimmes. Aber wenn du mitkommst, ich geb dir wieder einen Euro. Okay, Leute, wir sind auf dem Spielplatz. Irgendwas hat Dennis bemerkt. Egal was. Ja, da ist der Teig, das du weißt. Hier hat er irgendwas entdeckt, was ich nicht weiß. Das ist schon ein 6 Minuten Video. Das ist schon ein 6 Minuten Video. Ein Mörder. Ein Mörder. Leute, Dennis jetzt findet mich und das Junge. Abschied sind. Bis zum Beispiel. Vielen Dank.